Ich lerne Russisch mit einem Online-Lehrer. Dafür bezahle ich 15 Euro die Stunde. Die Straße wird umgebaut, weil sie vorher uneben war. Die Straße wird umgebaut, weil sie vorher uneben war. Im Strommast ist etwas kaputt. Deswegen muss ich ihn aufmachen und die Stromleitung reparieren. Wir warten auf die Lieferung. Die sollte ungefähr in 10 Minuten ankommen. Ich trage alle Pakete einzeln in den Computer ein. Wir erstellen ein neues Modell von unserer Automarke. Wir erstellen ein neues Modell von unserer Automarke. Was passiert, wenn ich die Prüfung nicht bestehe? Was passiert, wenn ich die Prüfung nicht bestehe? Wenn du die Prüfung nicht bestehst, musst du sie wiederholen. Wenn du die Prüfung nicht bestehst, musst du sie wiederholen. Muss ich eine Mitgliedschaft haben, um ins Fitnessstudio zu gehen? Muss ich eine Mitgliedschaft haben, um ins Fitnessstudio zu gehen? Ja, du brauchst eine Mitgliedschaft, um das Fitnessstudio zu nutzen. Ja, du brauchst eine Mitgliedschaft, um das Fitnessstudio zu nutzen. Was, wenn es morgen auch regnet? Wenn es morgen regnet, verschieben wir das Picknick auf nächste Woche. Wenn es morgen regnet, verschieben wir das Picknick auf nächste Woche. Wie viel muss mein Einkauf kosten, damit ich 10% Rabatt bekomme? Wie viel muss mein Einkauf kosten, damit ich 10% Rabatt bekomme? Ihr Einkauf muss ein 100 Euro kosten, damit sie 10% Rabatt bekommen. Kann ich das Auto leihen, wenn ich unter 18 bin? Kann ich das Auto leihen, wenn ich unter 18 bin? Nein, du kannst es nur leihen, wenn du über 18 bist und einen Führerschein hast. Nein, du kannst es nur leihen, wenn du über 18 bist und einen Führerschein hast. Bekomme ich den Job, wenn ich das Vorstellungsgespräch bestehe? Bekomme ich den Job, wenn ich das Vorstellungsgespräch bestehe? Ja, wenn du das Vorstellungsgespräch erfolgreich bestehst, bekommst du den Job. Muss ich die Arbeit sofort abgeben oder kann ich eine Verlängerung bekommen? Muss ich die Arbeit sofort abgeben oder kann ich eine Verlängerung bekommen? Wenn du mehr Zeit brauchst, kannst du eine Verlängerung beantragen. Wenn du mehr Zeit brauchst, kannst du eine Verlängerung beantragen. Was passiert, wenn ich meine Hausaufgaben nicht rechtzeitig abgebe? Was passiert, wenn ich meine Hausaufgaben nicht rechtzeitig abgebe? Wenn du sie nicht rechtzeitig abgibst, bekommst du Punktabzug. Kann ich das Produkt zurückgeben, wenn es nicht funktioniert? Kann ich das Produkt zurückgeben, wenn es nicht funktioniert? Kann ich das Produkt zurückgeben, wenn es nicht funktioniert? Ja, du kannst es unter der Bedingung zurückgeben, dass du den Kassenbon hast. Wir suchen nach weiteren erfolgreichen Geschäftsideen. Wir suchen nach weiteren erfolgreichen Geschäftsideen. Wir reden hier über unsere Probleme, um eine Lösung zu finden. Wo geht deine Reise heute hin? Wo geht deine Reise heute hin? Ich möchte nach Köln reisen. Ich hoffe, dein Zug kommt pünktlich. Ich hoffe, dein Zug kommt pünktlich. Ich habe mich verlaufen und ich habe Durst. Ich habe mich verlaufen und ich habe Durst. Hier in Ägypten ist es richtig heiß. Hier in Ägypten ist es richtig heiß. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich putze meine Zähne. Ich putze meine Zähne. Nach dem Zähneputzen gehe ich zum Fitnessstudio. Nach dem Zähneputzen gehe ich zum Fitnessstudio. Ich habe tief geschlafen. Ich habe tief geschlafen. Ich habe tief geschlafen. Ich renne jeden Morgen um den See. Ich renne jeden Morgen um den See. das Haus ist groß und weiß. Das Haus ist groß und weiß. Ich zeichne gerne Porträts in meiner Freizeit. Ich zeichne gerne Porträts in meiner Freizeit. Er zeichnet ein Bild von seinem Lieblingsort. Ich lächle, wenn ich glücklich bin. Ich lächle, wenn ich glücklich bin. Er lächelt, wenn er einen Witz hört. Er lächle, wenn er einen Witz hört. Ich kaufe meinem Kind ein Spielzeug. Ich kaufe meinem Kind ein Spielzeug. Ich schicke eine E-Mail an die Mitarbeiter. Ich schicke eine E-Mail an die Mitarbeiter. Das ist ein Arzt. Das ist ein Arzt. Ich gebe meiner Freundin die Blumen. Ich gebe meiner Freundin die Blumen. Der Postbote bringt der Frau einen Brief. Meine Nachbarin hat mir ihr Fahrrad ausgeliehen. Meine Nachbarin hat mir ihr Fahrrad ausgeliehen. Der Koch serviert den Gästen das Abendessen. Der Koch serviert den Gästen das Abendessen. Im Winter fahren Autos langsamer, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist. Ich kaufe mir ein Flugticket nach Schottland. Ich kaufe mir ein Flugticket nach Schottland. Ich kaufe mir ein Flugticket nach Schottland. Oh nein, ich werde das Flugzeug verpassen. Ich werde auf gefährliche Gegenstände untersucht. Ich werde auf gefährliche Gegenstände untersucht. der LKW transportiert schwere Maschinen zu einer Fabrik. Der LKW transportiert schwere Maschinen zu einer Fabrik. der LKW transportiert schwere Maschinen zu einer Fabrik. Ich rette jemanden, der meine Hilfe braucht. Danke, Sie haben mir mein Leben gerettet. Das Spiel ist sehr schwer. Das Spiel ist sehr schwer. Bären sind gefährlich. Das ist Hollywood. Das ist Hollywood. Ich kenne mich mit dem Fahrplan nicht aus. Ich kenne mich mit dem Fahrplan nicht aus. Ich mache die Wäsche. Ich mache die Wäsche. Ich putze das Waschbecken. Ich putze das Waschbecken. Die Sonne trocknet die Wäsche. Meine Haare sind sehr weich. Meine Haare sind sehr weich. Wir beobachten die Vögel auf den Bäumen. Wir beobachten die Vögel auf den Bäumen. Ich esse gerne Fast Food. Ich esse gerne Fast Food. Ich beobachte den Raketenstart. Ich beobachte den Raketenstart. Meine Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarbe ist grün. Das kann man gut an meinem Zimmer erkennen. Ich brauche eine Tüte Mehl. Ich brauche eine Tüte Mehl. Wir wiederholen noch einmal. Nicht vergessen, uns zu abonnieren und zu liken. Ich lerne Russisch mit einem Online-Lehrer. Dafür bezahle ich 15 Euro die Stunde. Ich lerne Russisch mit einem Online-Lehrer. Die Straße wird umgebaut, weil sie vorher uneben war. Im Strommast ist etwas kaputt. Deswegen muss ich ihn aufmachen und die Stromleitung reparieren. Im Strommast ist etwas kaputt. Deswegen muss ich ihn aufmachen und die Stromleitung reparieren. Wir warten auf die Lieferung. Die sollte ungefähr in 10 Minuten ankommen. Wir warten auf die Lieferung. Die sollte ungefähr in 10 Minuten ankommen. Ich trage alle Pakete einzeln in den Computer ein. Ich trage alle Pakete einzeln in den Computer ein. Wir erstellen ein neues Modell von unserer Automarke. Wir erstellen ein neues Modell von unserer Automarke. Was passiert, wenn ich die Prüfung nicht bestehe? Wenn du die Prüfung nicht bestehst, musst du sie wiederholen. Wenn du die Prüfung nicht bestehst, musst du sie wiederholen. Muss ich eine Mitgliedschaft haben, um ins Fitnessstudio zu gehen? Muss ich eine Mitgliedschaft haben, um ins Fitnessstudio zu gehen? Ja, du brauchst eine Mitgliedschaft, um das Fitnessstudio zu nutzen. Ja, du brauchst eine Mitgliedschaft, um das Fitnessstudio zu nutzen. Was, wenn es morgen auch regnet? Was, wenn es morgen auch regnet? Wenn es morgen regnet, verschieben wir das Picknick auf nächste Woche. Wenn es morgen regnet, verschieben wir das Picknick auf nächste Woche. Wie viel muss mein Einkauf kosten, damit ich 10% Rabatt bekomme? Wie viel muss mein Einkauf kosten, damit ich 10% Rabatt bekomme? Ihr Einkauf muss ein 100 Euro kosten, damit sie 10% Rabatt bekommen. Ihr Einkauf muss ein 100 Euro kosten, damit sie 10% Rabatt bekommen. Kann ich das Auto leihen, wenn ich unter 18 bin? Kann ich das Auto leihen, wenn ich unter 18 bin? Nein, du kannst es nur leihen, wenn du über 18 bist und einen Führerschein hast. Bekomme ich den Job, wenn ich das Vorstellungsgespräch bestehe? Bekomme ich den Job, wenn ich das Vorstellungsgespräch bestehe? Ja, wenn du das Vorstellungsgespräch erfolgreich bestehst, bekommst du den Job. Muss ich die Arbeit sofort abgeben oder kann ich eine Verlängerung bekommen? Wenn du mehr Zeit brauchst, kannst du eine Verlängerung beantragen. Wenn du mehr Zeit brauchst, kannst du eine Verlängerung beantragen. Was passiert, wenn ich meine Hausaufgaben nicht rechtzeitig abgebe? Was passiert, wenn ich meine Hausaufgaben nicht rechtzeitig abgebe? Wenn du sie nicht rechtzeitig abgibst, bekommst du Punktabzug. Wenn du sie nicht rechtzeitig abgibst, bekommst du Punktabzug. Kann ich das Produkt zurückgeben, wenn es nicht funktioniert? Kann ich das Produkt zurückgeben, wenn es nicht funktioniert? Ja, du kannst es unter der Bedingung zurückgeben, dass du den Kassenbon hast. Wir suchen nach weiteren erfolgreichen Geschäftsideen. Wir suchen nach weiteren erfolgreichen Geschäftsideen. Wir reden hier über unsere Probleme, um eine Lösung zu finden. Wo geht deine Reise heute hin? Wo geht deine Reise heute hin? Ich möchte nach Köln reisen. Ich möchte nach Köln reisen. Ich hoffe, dein Zug kommt pünktlich. Ich hoffe, dein Zug kommt pünktlich. Ich habe mich verlaufen und ich habe Durst. Ich habe mich verlaufen und ich habe Durst. Hier in Ägypten ist es richtig heiß. Hier in Ägypten ist es richtig heiß. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich putze meine Zähne. Ich putze meine Zähne. Nach dem Zähneputzen gehe ich zum Fitnessstudio. Nach dem Zähneputzen gehe ich zum Fitnessstudio. Ich habe tief geschlafen. Ich habe tief geschlafen. Ich habe tief geschlafen. Ich renne jeden Morgen um den See. Ich renne jeden Morgen um den See. das Haus ist groß und weiß. Das Haus ist groß und weiß. Ich zeichne gerne Porträts in meiner Freizeit. Ich zeichne gerne Porträts in meiner Freizeit. Er zeichnet ein Bild von seinem Lieblingsort. Er zeichnet ein Bild von seinem Lieblingsort. Ich lächle, wenn ich glücklich bin. Ich lächle, wenn ich glücklich bin. Er lächelt, wenn er einen Witz hört. Er lächle, wenn er einen Witz hört. Ich kaufe meinem Kind ein Spielzeug. Ich kaufe meinem Kind ein Spielzeug. Ich schicke eine E-Mail an die Mitarbeiter. Ich schicke eine E-Mail an die Mitarbeiter. Das ist ein Arzt. Das ist ein Arzt. Ich gebe meiner Freundin die Blumen. Ich gebe meiner Freundin die Blumen. Der Postbote bringt der Frau einen Brief. Meine Nachbarin hat mir ihr Fahrrad ausgeliehen. Meine Nachbarin hat mir ihr Fahrrad ausgeliehen. Der Koch serviert den Gästen das Abendessen. Der Koch serviert den Gästen das Abendessen. Ich schicke eine E-Mail an die Mitarbeiter. Ich schicke eine E-Mail an die Mitarbeiter. Ich schicke eine E-Mail an die Mitarbeiter. Ich kaufe mir ein Flugticket nach Schottland. Oh nein, ich werde das Flugzeug verpassen. Ich werde auf gefährliche Gegenstände untersucht. Ich werde auf gefährliche Gegenstände untersucht. Der LKW transportiert schwere Maschinen zu einer Fabrik. Der LKW transportiert schwere Maschinen zu einer Fabrik. Der LKW transportiert schwere Maschinen zu einer Fabrik. Ich rette jemanden, der meine Hilfe braucht. Danke, Sie haben mir mein Leben gerettet. Das Spiel ist sehr schwer. Das Spiel ist sehr schwer. Bären sind gefährlich. Das ist Hollywood. Das ist Hollywood. Ich kenne mich mit dem Fahrplan nicht aus. Ich kenne mich mit dem Fahrplan nicht aus. Ich mache die Wäsche. Ich mache die Wäsche. Ich putze das Waschbecken. Ich putze das Waschbecken. Die Sonne trocknet die Wäsche. Meine Haare sind sehr weich. Meine Haare sind sehr weich. Wir beobachten die Vögel auf den Bäumen. Wir beobachten die Vögel auf den Bäumen. Ich esse gerne Fast Food. Ich esse gerne Fast Food. Ich beobachte den Raketenstart. Ich beobachte den Raketenstart. Meine Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarbe ist grün. Das kann man gut an meinem Zimmer erkennen. Ich brauche eine Tüte Mehl. Ich brauche eine Tüte Mehl. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren Sie für weitere Deutsch-Lern-Videos. Viel Erfolg beim Lernen! Tschüss! 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 Hashem! Fuß! Vielen Dank.